Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich, Ausgilde Nummer 2. Ja, wir kämpfen jetzt hier gegen Ham, Egg & Chips. 34 Minuten sind noch zu spielen. Ich glaube, bei dem Ergebnis braucht man nicht lange darüber nachzudenken, ob wir das gewinnen oder verlieren. Ähm, jo. Das ist ziemlich deutlich. Lass mal hier gucken, was machen wir da? Sluback am besten mit Oktoberfest Lila. Die heilt sich jetzt selbst wieder hoch. Finde ich ganz gut so. Und Hulkerni, naja, sind nur 86 geworden. Macht aber nichts, was mit meiner Stimme losgeht. Die überschlägt sich gerade irgendwie. So. Nächstes Match. Ja, einzige Support-Karte, die wir hier aktuell am Start haben, ist die Wine Bucket. Dann sollten wir die eben auch benutzen. Gibt jetzt auch hier wiederum verschiedene Möglichkeiten. Ich spiele jetzt den Cognac-Bänder. Das ist nicht die schlechteste Wahl. Ähm, den Bob. Da machen wir den Dr. Bobbenstein draus. Rogers Kleiderschrank. Da raus wird der Teufel Hank. Nein! Egal. Den wollte ich eigentlich haben. Macht nix. So. Nächstes Match. Puh, das wird jetzt nicht leicht. Ich fange jetzt mal mit dem Leon Petard erst mal an. Hm, Skimaske. Jo, 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 jo. Und jetzt haben wir noch mehr Punch von da hinten. Und das Ding habe ich doch tatsächlich jetzt hier mit einer glatten 100 gegen Muzzle gewonnen, obwohl ich erst sehr spät meinen Peter, meine Charakterkarte bekommen habe. Aber ich hasse diese Matches, wo es so viele Supportkarten kommen. Und dann erst die Charakterkarte. So, Mountie. Oder umgekehrt. Ja, spielen wir als erstes mal den Roger. Und dann den Schwarzbrenner Roger. Jetzt ist das Ding auch schon wieder durch. Jetzt können wir uns noch überlegen. Wir machen jetzt hier am besten noch den K-Pop-Peter mit hinzu. So. Und jetzt noch die Lila mit hinzu. Und jetzt, jo, haben wir, denke ich, nein? 99. Okay. 99 ist okay. So. Noch sechs Matches offen. Mr. Front, also beziehungsweise der Mr. Deliver bietet sich an. Oder ich liebe Bier. Oder eine Kombination aus beidem. Es könnte aber auch hier Sinn machen, Hipster Donald zu spielen. Das werde ich auch tun. Hipster Donald. Dann als nächstes hier den Bobby. Hier rauf die Sluback. Und jetzt können wir den Mr. Front zum Einsatz bringen. Und jetzt hier den Home Egg Teacher. Dann sollten wir auf jeden Fall, naja, mit 94 ganz gut mit dabei sein. Noch fünf Matches zu spielen. So. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Wir haben hier die Power-Tucket-Patriot-Aile. Wir könnten aber auch Blackjack. Das ist ein 10er-Brine. Das sieht jetzt nicht so aus, als würde der sehr viel machen. Das ist schon krass, ne? Wenn man heutzutage sagt, ein 10er-Brine, das ist jetzt nichts Besonderes mehr. Deswegen brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, ne? Das ist traurig, aber leider wirklich wahr. So, Blackjack. So, nächstes Match. Es sind noch vier offen. Und dann haben wir es gepackt. Können wir ganz kurz die Liste durchgehen. Können wir mal schauen, was da los ist. So. Oh. Jetzt haben wir hier halt verschiedene Sachen zur Auswahl, ne? Aber tatsächlich entscheide ich mich hier für den Bobbenstein. Weil der ist einfach nur crazy. Ich werde jetzt die Power-Tucket-Patriot-Aile direkt hinterher spielen. Jetzt noch die Sloughback. So. Jetzt habe ich erstmal alles geblockt. Jetzt kann ich hier herumtorkeln. Noch hinterher setzen. 92 sind es immerhin noch geworden. Damit bin ich zufrieden. Noch drei Matches. Und wir bauen den Vorsprung. In 20.000 Unterschied. Das ist schon ein Haufen Holz. Magic Mais. Ja, gut. Dann machen wir gleich die schlimme Tina. Und das reicht. Wir haben hier 40. Ja. Jetzt können wir hier uns noch überlegen. Oh, guck mal. Da kriegen wir 19. Ja. Uiuiui. Aber ach Gott. Wir haben so viel Angriff jetzt auf den ersten Slot vorne gehabt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn, ne? So, noch zwei Matches sind zu spielen. Winebucket sollte wieder... Oh, ja klar. Da hinten mit der Louise. Fieberträume. Das ist die erste Wahl. Mr. Front. Dann gleich noch hinterher. Jetzt können wir uns... echt überlegen. Ach komm. Wir machen das jetzt einfach so. Fertig. Und dann haben wir es auch schon wieder gepackt. 98. Gar nicht mehr lange rumspielen oder rumexperimentieren. Gleich den Sack zumachen. Und das Match gewinnen. So. Dann hätten wir hier... eine Louise. Das sollte eigentlich reichen, ne? Ja, also wenn man solche Karten natürlich im Deck hat, ne? Dann macht der Bobby da nicht wirklich viel Sinn. Weil die sind so lowlife, dass da kann der Bobby ja auch nichts mehr machen. Selbst mit seinem Runtergecripple und mit seinem Schild. Was will er denn da großartig verhindern? Da wird... Da passiert gar nichts. So. Dann sind wir hier auch schon soweit durch. Da geht der Pire. So 21 Leute haben gekämpft bei denen. So, schauen wir bei uns rein. Sweezy. Sweezy. 995. Tim May. 993. C.T. Heisen. 89. Winnie. 96. Andrelo. 91. Lord Universe. 976. 7x. 92. Outlawdeak. 92. X-Trike. 92. Marunga. 43. Dreifuchs. 42. Scotty Pippen. 41. Markfoul. 44. Knuckster. 123. Wova. 920. Rockley. 919. Georgios. 8. 918. Player. 917. Mago Level 500. 924. Gabriel D. Fanzinho. Oli Z. Dale. Albertus. Tim Friedi. Vélez. Charlene. Stewie. Raffi. Treffi. Juliana. Slim She. Elizabeth. Schmobi. The Hulk. Quarkmüller. Boba. Plischloss. Leviathan. Player. Dann komm ich. Momazos. Bibi. Bibi. Max Max. Shashirin. Ililililil. Wit. Dann haben wir 45 aktive. Super Ergebnis. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schreibt es mal an den Daumen, wenn es wieder da ist. Animation Thriller. Mit mir dann gleich schaut rein. Mach's gut bis dann und tschüss.